Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Drei Jahre und ich kann es immer noch nicht aussprechen, aber egal. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ganz leicht das alte YouTube-Design wieder aktivieren könnt. Bis vor kurzem gab es hier noch eine Schaltfläche. Diese ist jetzt weg, aber es geht trotzdem noch sehr einfach. Ihr drückt einfach mit der rechten Maustaste irgendwo in dem Hintergrund von YouTube hin, ganz egal wo. Ich bin hier zum Beispiel gerade auf der Startseite. Dann drückt ihr auf Untersuchen, geht auf Konsole und gibt hier dann einfach den Code, der sich in der Beschreibung befindet, ein. So, jetzt passiert erstmal nichts. Jetzt laden wir aber die Seite nochmal ganz kurz neu und zack, haben wir auch schon das alte YouTube-Design. Es bleibt dann auch, also auch wenn ihr dann auf andere Seiten geht, ist es immer noch das alte YouTube-Design. Ist dann komplett für ganz YouTube. Ja, und das war es auch schon wieder. So schnell geht es. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß auf YouTube noch und ciao.